Das Kompetenzzentrum Holz, kurz WUTCA Plus, ist eine international agierende Forschungsorganisation mit Standorten in Oberösterreich, Kärnten und Niederösterreich. In unseren kundenorientierten Projekten entwickeln wir Materialien und Herstellprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt für eine moderne Kreislaufwirtschaft. Wir kombinieren unser technisches Know-how mit Neugier, Leidenschaft und Kreativität für Neues. In unseren Projekten werden so innovative Lösungen auf den Gebieten Holzchemie, Verbundwerkstoffe, Massivholz und Oberflächen entwickelt. Unsere Vision ist, dass durch unsere Forschungsergebnisse die Forschungsergebnisse Technologien und Produkte entwickelt werden, die zu einem signifikant höheren Stellenwert der Bioökonomie in der Gesellschaft führen. Durch das Nutzen von Nebenprodukten und Reststoffen für Neues gelingt es, Kreisläufe zu schließen und ressourcenschonendes sowie nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen. Mehr als 100 hochqualifizierte Experten und Expertinnen von WUTCA Plus gehen den Dingen auf den Grund und lösen dabei komplexe Fragestellungen unter Einbindung unseres großen wissenschaftlichen Partnernetzwerks. Vom Kleinunternehmen bis zum internationalen Konzern – wir hören unseren Partnern zu, analysieren und strukturieren Problemstellungen, um maßgeschneiderte Technologien und Produkte zu entwickeln. Wettbewerbsfähige Forschung braucht starke Partner. Die Universität für Bodenkultur ist seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich der Holzforschung. Das WUTCA Plus ist eines unserer erfolgreichsten Industrieprojekte, weil es eine Plattform bietet, wo Forschung mit betrieblichen Interessen zusammenkommen kann. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, der Weg von der Forschung, also das Erzeugen von Wissen bis hin zu einer betrieblichen Anwendung, was oft als Innovation dann auch bezeichnet wird, braucht eine Plattform, wo sozusagen die Forschung sich an die betrieblichen Interessen annähert. Und WUTCA Plus hat hier hervorragende Arbeit in den letzten Jahren geleistet und wir sind sehr stolz als BOKO, dass wir hier federführend dabei sein dürfen. Was ich bei WUTCA Plus als Wissenschaftlerin sehr schätze, ist die Zusammenarbeit von der Industrie und von der Universität. Als Dissertantin wird man da super unterstützt und man hat Projektpartner, die einem an Kreativität freien Lauf lassen. Und der Output ist super. WUTCA Plus ist eine ganz besondere Kooperation für Fundamax. Als innovatives Unternehmen ist für uns das Thema Forschung und Entwicklung essentiell. Durch die langjährige und enge Partnerschaft hier am Standort St. Veit mit dem Kompetenzzentrum konnten schon eine Vielzahl von Produkten entwickelt werden, die gut am Markt ankommen und damit unseren wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. Die Kooperation ist auch deshalb einzigartig, weil sie uns als Industrie neben der Entwicklungsleistung auch die Vernetzung mit Universitäten ermöglicht und dadurch Zugang zu Grundlagenforschung schafft. Was ich bei meiner Dissertation hier bei WUTCA Plus besonders spannend finde, ist, dass meine Forschungsarbeit eben beim Firmenpartner direkt in eine industrielle Anwendung übergeht. Wir brauchen unser Unternehmen. Wir brauchen unsere Einzelne Anwendung für Fundamentelseller. Wir brauchen unsere Architekurs, die du deinem Geburt oder wunderbar! Wir brauchen auch diese Alternative-Schriften! Wir brauchen unsere Independent? Wir brauchen unsere Einzelne Anwendung für ein paar Stunden.